Hallo meine Lieben! Hinter mir seht ihr unsere neue Outdoor-Wand. Da haben wir ganz spezielle Firmen, mit denen ihr laufen, spazieren gehen könnt, in der norddeutschen Tiefebene, auf dem Wienengebirge, einfach wenn ihr sonntags mal einen schönen Spaziergang machen wollt. Und eine sehr coole italienische Firma ist Dolomiti oder Dolomite. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie ihr das formuliert. Die Italiener sind ja immer sehr stylisch und gehen ja nicht einfach so spazieren. Das muss ja schon ein bisschen nach was aussehen. Und von daher ist Dolomite wirklich die italienische Marke für Wander- und Outdoor-Stiefel. Die haben hier oben das coole Label natürlich aus Italien und die haben eine Langschnürung. Dadurch könnt ihr von vorne bis hinten hervorragend regulieren und auch die super flexible und trittfeste Vibrambozole. Dolomite, damit seid ihr stylisch auf dem Spaziergang unterwegs.